Wenn Spiele mich ärgern wollen, dann spielen wir einfach das nächste. Willkommen zu E-Bly Live, wie jeden Sonntag natürlich immer live. Und wir sind jetzt beim nächsten Spiel eingekommen, was viel, viel interessanter ist. Wir müssen uns ganz kurz einmal hier, einmal muss ich hier kurz was zulassen, aber wir sind flockig schnell im Game drin. Und ist natürlich blöd, wenn ihr es noch nicht seht, ne? Gebe ich zu, das können wir ändern, machen wir, machen wir. Drückt mal kurz Start, geht mal kurz hier in die Option, ja, jetzt kommt's, wenn es zu spät ist. Ähm, mach mal so, drückt mal Save, drückt nochmal Ende, weil das Intro solltet ihr euch schon einmal angucken, weil das ist, das ist, das ist schön, sah gerade wirklich schön aus. Und deswegen starte ich es jetzt nochmal, damit ihr euch das in Ruhe angucken könnt. Das Intro. Das Intro. Untertitelung des ZDF, 2020 Es war, ein Telefon zu antworten. So, das Intro habt ihr gerade gesehen und wir schauen jetzt direkt ohne Umweg ins Key. Willkommen in der Iktomi. Dies Briefing will give you a basic understanding needed to ensure the safety and success of our mission. To research the anomaly on Mars. Above all else, it is your job to keep the ship and the crew functional and well. We don't know what to expect from Tharsis, so we have to be at our best once we make Planetfall. Regular maintenance keeps our ship in good working order. Performing maintenance tasks is done by using a crew member's dice to combat any problems that arise. A crew member's remaining dice are shown here. The P.M. Musgrave only has one die. It's unclear if she can fix either event on her own. J.Cross will have to move cross to flight control since that event can cause damage to the Iktomi. Click on crosses portrait. Then click on flight control to choose the module. Finally, click deploy to move cross into the module. Yes, thank you. I forgot that. The Atomys hull integrity and impending damage caused by events are visible on your HUD in the upper left. Don't let this run out or we're all dead. In the middle HUD you'll notice how much work has to be done to repair an event. Work is done by placing dice into the repair slot. Roll the dice now and drag them to the event to fix the problem. Okay. What are we doing here? 3,4,5,6,7,8. 6,9,11,12. Good. Now click on finished deployment to end J.Crosses turn. Okay. I need exactly the 4. Since Musgrave is low on dice, let's use the life support module to get her some more. Click on Musgraves portrait. Then click on life support to choose the module and click deploy. Each module has an ability that can help the ship or the crew. Using module abilities is handled similarly to fixing problems on the ship. Each module ability requires a die of a specific value be used. Note the iconography to see which dice are valid. Okay. Roll now and place a die in the module ability slot to replenish some of Musgraves dice. Also wir brauchen eine 5 oder höher. 3. 6. Das ist doch gut. Each module will help the crew in a different way. Learn how to use module abilities to increase our mission's chance of success. Now that everyone has finished with their tasks, the remaining active events will play out. If J.Cross hadn't fixed the event in flight control, it would have caused damage to the ship's hull at this time. There are several types of events, including those that cause harm to the crew, reduce the crew's dice, deplete resources, damage the Oktomi, or cause module systems to fail. Learning which events to let carry over from turn to turn will greatly increase your likelihood of success. Managing the crew's wellness is one of the most important aspects of the mission. Keep the crew's health up and stress down. Okay. Wähler ein Nebenprodukt. Slow stress will keep our choices during this phase reasonable, while good health will keep our crew alive. If a crew member's stress becomes too high, they may slip into space madness and start making choices that harm themselves, the ship, or the rest of the crew. Decide what you want to do and leave the phase when you're ready. Okay. Okay. Ich mach das. Provisiones on the Oktomi are rationed for the long journey. So only eat what you need to. Giving food to a crew member will replenish some of their dice. Drag and drop food and then click finish. Oh, das war schon. When a turn begins, it's best to take in the entirety of the situation before rushing to action. Seeing everything from a bird's eye view will allow you to develop a solid strategy. In this situation, Cross should be able to take care of the system failure in the pantry. But first, let's have Musgrave fix the new event and life support so Cross can pass through to the pantry unscathed. Passing through active events causes the crew to take damage. Okay. Since Musgrave is already in life support and since leaving will cause her to take damage, let's fix this event and make a risk free path to the pantry for Cross. Deploy Musgrave and fix the event now. Okay. Okay. Also, was haben wir hier? Reparieren. Wir brauchen eine 5. We can now fix the system failure in the pantry to get food distribution up and running again. Move Cross there now and take care of it. Uh, was hat sie gesagt? Uh, was hat sie gesagt? Ich muss ja hier hin, ich muss ja hier was in der Torauskamera. Wir brauchen eine 4. Schrauben. Each crew member also has their own specialty and their abilities can be used to help the crew fulfill the mission. Place qualifying values in the character ability slot to use these abilities. Uhm. Oops. Uhm. Ich würde gerne nach hier. So, jetzt können wir. Ja, der ist weg, ne? Ja, ein Schwarm von Meteoriten haben gleich beschädigt. Und zwei besonderlich sind wir getötet. Jack Frost wurde eben im Weltraum abgeworfen und wurde tödlich verletzt. Dein Ziel, überleben. Okay. Ähm. Also. So, jetzt geht's. Oh. 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 Das ist eine Acht. Das ist eine Acht. Shit. Ja, ich kann es dir halt auch nicht reparieren, ne? Ja. Ah, nee, warte. Ich setze das da rein, damit das schon mal ein bisschen besser repariert wird. Okay, ähm. Gesundheit auf Versatzungsmaterial. Ich brauche eine 13, das sieht sehr, sehr gut aus. 6, 6. 10, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 19, 20, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 21, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 23, 24, 35, 27, 29, 28, 29, 29, 29, 30, 29. Utilizing research as part of your core strategy is a powerful tactic and it's also a great place to stash leftover dice Placing a die in the research bank adds one point to the research pool You can then spend those points on research projects to help better our chances of achieving mission success Okay, okay Ja komm, lass uns den da einsetzen, lass uns den ein bisschen forschen Ähm Fehlerprüfung, Lehre verhindern Okay Ähm So, der zweite Ähm Ähm Zehn Ja, das ist doch ganz gut Okay Okay, also, ähm, minus zwei Gesundheit, eine Gesundheit plus 20% Stress. Gehen wir mal zwei Gesundheit runter. Ich nehme lieber ein bisschen Stress. Ich nehme lieber ein bisschen Stress gerade. Okay. The Octomy is equipped with an experimental disaster screening system that can give us an idea of what events are coming up in the turns ahead. Okay. Ähm, okay. Setzen hier hinein. Vieles ist leer. Okay. Ähm. Roll ich die jetzt neu? Ich rolle den neu. Hoffe, dass dann eine 6 kommt. Yeah. Sehr gut. Ich brauche nämlich Nahrung. Okay. Hier brauchen wir gelb. Oh. Upsi, da fehlt ein bisschen was, ähm, setzen wir den Mechaniker da noch rein, dass der das noch mal reparieren kann, hier haben wir einen, äh, erhöhte Assistenz, Klasse, können wir hochsetzen, jo, sehr schön, haben wir erledigt, sehr schön, und Sie können jetzt noch was tun, ähm, hier, kann man vielleicht noch ein bisschen, drei, ne, das geht nicht, das geht auch nicht, ich kann es aber in die Forschung stecken, plus Einwürfe für einen Besatzungsmitglied, das klingt doch ganz gut, so, Okay, plus ein Nahrung, minus ein Würfel, plus eins für uns, minus zwei fürs Schiff, Ah, ich nehme das, Das macht keinen Sinn, Muss das Schiff leider ein bisschen drunter leiden, tut mir leid, Okay, also, Wir haben genau zwölf, ne, Siebenundzwanzig, Schauen wir mal, Schauen wir mal, Das muss sie jetzt retten, ne, Das kannst du nicht retten, Aua, Ich weiß, Plus ein Nahrung, Ja, Plus ein Nahrung, Wer weiß, Okay, 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 Um, Sie sind ja, Okay, 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 Gut, Um, Das Ereignis ist schon mal Beendet, Sie ist ja hier, Und, Um, Ich würfel neu. Ja, das ist ja noch schlechter. Verletzt. Okay. Aua. Ähm. Ich muss den da reinsetzen, ne? A transmission arrived. Not from Earth, but from Mars. From Tharsis. An impossible signal from an impossible source. Is this what we're searching for? Who's transmitting this signal? Was there another mission to Mars? One set before ours? Or is the message coming from someone else? Wer weiß. Ähm. So, Stresslevel ist natürlich... Baldige Zerstörung. Das Schiff braucht... Oh, ja. Muss die leider drunter leiden, ne? Muss die leider drunter leiden. Tut mir leid. Ähm. Kann ich die Ballismus? Will ich noch gar nicht anfangen. Leitung ist mal noch. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Das war's für heute. Achso, das muss gleich sein. Ah, ich hab'n Fehler gemacht. Shit. Das ist eigentlich nicht richtig, was ich mache, aber was willst du machen? Achso, das muss ich machen. Okay, ich hab' wieder ein bisschen Nahrung. Und wir sind tot. Okay. 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 Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu vielen tollen weiteren Games. Ich hab' wieder live. Schönen Abend noch. Und ciao. Okay. 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 Okay.